Wenn man wirklich dicke Klamotten mit einem Max-Schweißgerät schweißen will, 10, 15, 20 mm, dann braucht man natürlich ein Gerät mit richtig viel Leistung. Aber wer will schon immer nur dickes Material schweißen? Das Gerät soll also auch 1 mm schweißen können, natürlich auch 0,5 mm. QC3 löten soll so ein Mic Max-Schweißgerät natürlich auch können. Edelstahl schweißen, Aluminium schweißen und, und, und. Also da kommen wirklich viele Faktoren zusammen. Wenn man jetzt guckt, dass sowas noch in einem bezahlbaren Rahmen sein soll, dann wird die Luft natürlich sehr dünn. Wenn man da guckt, was man da auf dem Markt findet, da ist nicht viel. Wenn das Ganze noch eine digitale Steuerung haben soll, das heißt, man wählt nur noch aus, was man machen will, und das Gerät stellt sich wie von Zauberhand von selbst ein, dann wird die Luft wirklich ganz, ganz dünn. Ich hatte vor einem Jahr das MEW 300 Syn hier vorgestellt, und das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. ein Mac-Gerät mit 300 Ampere, digitale Steuerung, viele tolle Möglichkeiten. Jetzt kommt die Nachfolgeversion, und die hat es wirklich in sich. Noch mehr Möglichkeiten, temperaturgesteuerter Lüfter und so weiter. Wir gucken uns das Ganze in diesem Video im Detail an, und werden natürlich alles, was uns so einfällt, damit schweißen. Gucken wir uns das Gerät einfach mal im Detail an. Wir haben hier diesen wunderschönen digitalen Display, an dem wir wirklich alles einstellen können. Wir können alles manuell einstellen, können aber auch alles über Programme steuern lassen. Und das sind wirklich eine Menge Programme, die wir uns natürlich im Detail angucken. Wir fangen hier bei 31 Ampere an. Das Gerät ist also auch wirklich sehr gut dafür geeignet, damit auch Dünnblech zu schweißen. Das hatten sich viele gewünscht. Das machen wir natürlich in diesem Video und können dann bis 300 Ampere hochgehen. Entweder über manuelle Einstellungen oder halt über die digitale Steuerung. Das Gerät ist schwarz geworden, war vorher gelb. Das Gerät ist schwarz, soll jetzt in diese Weldinger Professional Line mit reinwandern. Es gibt aber noch ein paar gelbe, die werden auch noch verkauft, sind ein bisschen günstiger. Das Massekabel, 3 Meter lang, vernünftiger 13er Dorn, ein vernünftiges Kupferkabel. Dann haben wir hier ein MB24 Schlauchpaket, 4 Meter. 4 Meter ist bei dem Gerät problemlos möglich, da wir einen 4-Rollen-Antrieb haben. Wir haben hier vorne die Möglichkeit, eine Spoolgun anzuschließen. Wir können hier vorne das Schlauchpaket, also die Polung wechseln von Minus auf Pluspol. Kann man einfach komfortabel hier vorne machen. Brauche nicht im Gerät irgendwas rumschrauben. Ich habe hier die Drahtvorschubrollen, die dabei sind. Die kann man wechseln. Im Drahtvorschub sind zwei Rollen eingebaut und hier sind dann nochmal sechs Rollen. Das heißt, ich habe für 0,8, für 1 mm und 1,2 mm jeweils eine V-Rolle und eine U-Rolle, gerade für sensible Werkstoffe wie QC3 Aluminium. Ist alles hier im Lieferumfang enthalten. Ich habe hier diese vier Rollen Drahtvorschub-Einheit. Zwei untere Rollen werden angetrieben. Die oberen beiden Rollen laufen mit. Wir können an dem Gerät 5 kg Rollen verschweißen und auch 15 kg Rollen. Man kann aber auch problemlos mit dem Adapter 1 kg Rollen verschweißen. Geht auch. Werde ich natürlich nachher auch alles im Detail vormachen. Sehr schöne, qualitativ hochwertige Drahtvorschub-Einheit. Das Herzstück von diesem Gerät ist definitiv die Steuerung. Man braucht hier nicht viel erklären. Man muss einfach nur auswählen, was man machen will und dann schweißt dieses Gerät. Das heißt, ich gehe hier mit diesem Button in dieses Grundmenü rein. Jetzt kann ich hier durchwählen, was ich machen will. Stahl mit CO2, Stahl mit Argon. Dann habe ich hier ein manuelles Einstellprogramm. Dann haben wir Aluminium. Das hatten wir vorher auch schon. Wir haben jetzt ein QC3-Programm bekommen. Mit Argon 4.6 schweißt man das selbstverständlich. Dann haben wir ein Edelstahlprogramm noch zusätzlich bekommen. Das gab es vorher in der Form auch nicht. Ansonsten gibt es dann hier noch ein Flux, also ein Fülldrahtschweißprogramm. Es gibt ein Spoolgun-Programm. Es gibt ein WIC-Programm. Es gibt ein Elektrodenschweißprogramm. WIC ist aber nur eine Lift-Arc-Version. Kann man mit dem Gerät auch machen. Ist aber nichts, was jetzt so atemberaubend ist. Also das Gerät hat andere Vorzüge. Jetzt brauche ich eigentlich nur auswählen, was ich machen will. Zum Beispiel Stahl mit Argon CO2. Gehe in das Programm rein. Jetzt habe ich den rechten Drehregler. Und damit kann ich alles einstellen. Bisschen mehr, bisschen weniger. Ich sehe Spannung. Ich sehe Ampere. Ich sehe Drahtvorschub. Das heißt, alle Parameter sehe ich. Meistens geht man nach Ampere. Stelle ich jetzt einfach die Ampere ein. Und dann kann ich schon losschweißen. Ich habe jetzt auch noch die verschiedensten Möglichkeiten, den Prozess zu optimieren. Das heißt, hier links kann ich die Spannung variieren. Mit weniger Spannung fokussiere ich den Lichtbogen. Mit mehr Spannung kriege ich einen breiteren Lichtbogen. Kann das Ganze also da wirklich nochmal verändern, anpassen. Wenn es mir vom Schweißen her nicht ganz so gut gefällt, kann ich das Ganze optimieren. Das ist aber wirklich schon alles, was man an dem Gerät machen muss. Ich kann hier die Induktion einstellen. Ich kann dann hier auswählen, welche Drahtstärke ich wähle. Da ist immer 0,8, 0,9, 1 mm, 1,2 mm, was ich auswählen kann. Das Gerät passt dann alle Parameter an. Ich kann mit 2 Takt schweißen. Ich kann mit 4 Takt schweißen. Ich kann hier die Gasnachströmzeit verändern. Das ist gerade interessant, wenn man zum Beispiel Edelstahl schweißt oder dergleichen. Ich kann hier den Softstart vom Draht starten. Und ich kann ganz am Ende dann auch den Drahtvorschub einstellen, damit der Draht in das Schlauchpaket gefördert wird. Das ist noch so eine Möglichkeit. Aber es ist wirklich sehr einfach gehalten. Man hat aber wirklich in die Tiefe tolle Möglichkeiten, was man da alles einstellen kann. Also man sieht schon an diesem Beispiel, man hat hier eine gute Umsetzung geschafft, dass man bei dem Gerät möglichst viele Parameter einstellen kann, anpassen kann. Und gleichzeitig ist es wirklich so was von einfach. Das kann wirklich jeder einstellen. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Man braucht hier nur reingehen. Jetzt bin ich hier bei QSI 3 Löten. Das ist auch eins der neuen Programme, was dazu gekommen ist. Und jetzt kann ich das hier genauso wieder einstellen und kann damit einfach losschweißen. Standardmäßig immer bei 0 und den ganzen Prozess, also von der Spannung her und den ganzen Prozess, kann man, wenn es nicht hundertprozentig schweißt, wenn man es noch ein bisschen verändern möchte, immer noch mal anpassen. Die kleine Story jetzt, die gehört eigentlich nicht mit zu dem Gerät oder nur indirekt mit dem Gerät, weil ich habe einen 1,2 mm Schweißdraht gehabt auf einer 15 Kilo Rolle. Der wurde mir mal als Muster zur Verfügung gestellt in 1,2 mm Stärke. Dachte ich, das ist richtig super für das Gerät. Schweißte damit. Ich habe das Ganze gerüstet, ich habe es eingestellt, ich habe versucht damit zu schweißen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe alles an diesem Gerät umgebaut. Ich habe alles noch mal gerüstet. Ich habe das Gas überprüft und, und, und. Und es hat nicht hingehauen. Ich habe mir sogar noch so ein schönes Stück, was ich extra vorbereitet hatte, das ich in der Drehvorrichtung schweißen wollte. Das sieht dann oft mit so dicken Draht richtig gut aus. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich weiß es nicht. Ich bin verrückt geworden. Er hat mir den ganzen Tag versaut. Ich habe dann die Rolle genommen, bin zu einem Freund gefahren. Der hat ein High-End-Mig-Max-Schweißgerät, wo man auch solche großen Rollen mit aufnehmen kann. Wir haben es da ausprobiert. Ich war dann wieder glücklich, weil da haben wir es auch überhaupt nicht hingekriegt. Ich habe die Rolle weggeschmissen. Ich weiß es nicht. Ich habe alles versucht. Alles von den Einstellungen mit dem Gas und, und, und. Und da haben wir es genau alles versucht. Ich weiß es nicht, was mit dem Draht ist. Keine Ahnung. Aber ich will damit mal zeigen, dass es oft an solchen Sachen liegen kann. Da muss man sich nicht verrückt machen lassen. Man zweifelt immer gleich an sich selbst, am Gerät. Es können oft auch so banale Sachen, banal in Anführungszeichen, wieder Zusatz sein. Ich habe auf 0,8er umgebaut und das Gerät hat sofort richtig, richtig gut geschweißt. Diese Drehvorrichtung, die werden wir uns natürlich auch bei Gelegenheit mal ein bisschen näher angucken. Also es ist wirklich auch eine ganz tolle Möglichkeit zum Schweißen, um damit verschiedene Arbeiten auszuführen. Und das Ganze ist auch noch in einem einigermaßen bezahlbaren Rahmen. So gute Drehvorrichtung, gute Positionierer kriegt man wirklich schlecht. Hier sollte das heute ein richtig schönes i-Tüpfelchen für dieses Video sein, wo ich euch mal zeige, wie man schön in der Drehvorrichtung schweißt. Und jetzt habe ich mir das Bauteil dabei natürlich gleich mal richtig versaut, weil dieser bescheidene Draht so schlecht geschweißt hat. Das ist jetzt hier dann mit 0,8er, habe ich aber schon so ein Stück geschweißt gehabt mit dem 1,2 Millimeter Draht. Und das hat dann wirklich gleich sehr gut funktioniert. Ergebnis sieht auch gut aus, kann man vernünftig schweißen. Ein paar Spritzer sind noch da, das ist halt beim Mic Max Schweißen so, aber ansonsten hat das sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt hier 10 Millimeter Materialstärke, 0,8 Millimeter Schweißdraht und schweiße hier mit 230 Ampere. 230 Ampere sind bei dem Gerät 100 Prozent Einstelldauer, das heißt ich kann dauerhaft mit 230 Ampere schweißen. Und selbst bei 300 Ampere habe ich noch 60 Prozent Einschaltdauer. Also Einschaltdauer ist bei dem Gerät wirklich gigantisch und das Ergebnis sieht auch traumhaft aus. Also funktioniert wirklich gut und man sieht an den Einstellungen am Gerät, ich habe da wirklich nur minimal die Spannung nochmal angepasst. Das ist aber, ich bin ein Spielkalb, aber an sich schweißt das wirklich mit diesen Standardeinstellungen schon sehr gut. Auswählen, schweißen, es funktioniert. Dickes Material mit einem 1 Millimeter Draht habe ich im ersten Video zu dem Gerät sehr viel geschweißt. Das kann man hier nochmal verlinken, könnt ihr euch alles nochmal angucken. Wir wollen uns natürlich auch andere Sachen bei dem Gerät jetzt angucken. Aluminiumschweißen ist natürlich auch immer eine sehr interessante Sache. Ganz großer Vorteil bei einem Mic Max Schweißgerät wie dem hier, ich wähle einfach aus, was ich machen will. Dann stelle ich einfach meine Ampere ein und dann kann ich losschweißen. Ich habe ein Schlauchpaket mit der Teflon-Seele gerüstet. Ich habe Argon 4.6 als Schutzgas und das war es im Prinzip und dann kann ich loslegen. Ich habe das Aluminium, das ist hier 6 Millimeter Flachmaterial. Ich habe das auch nicht sonderlich in irgendeiner Form gereinigt. Einfach abgeschnitten, den gröbsten Dreck entfernt und dann kann man damit Aluminium schweißen. Funktioniert sehr gut mit einem Mic Max Schweißgerät, ist das gleiche, als wenn man im Prinzip Stahl schweißt. Also braucht man keine großartige Übung. Und gerade wenn man bedenkt, wie lange Leute dafür üben müssen, bis sie mit einem WIC Schweißgerät erste Nähte hinkriegen, ist das natürlich immer eine tolle Option. Macht das Gerät hier auch völlig problemlos. Sieht man an den Ergebnissen, das sieht wirklich gut aus. Es ist eigentlich schon deutlich zu viel Leistung. Aber ich wollte natürlich auch über diese Grenze gehen. Man könnte da problemlos auch halt 10, 15 Millimeter oder noch mehr Aluminium mit schweißen. So, das ist ein Ding. Man könnte natürlich auch mit einem 0,8er Draht deutlich tiefer runtergehen. Puls oder dergleichen oder Doppelpuls hat das Gerät in der Form nicht. Das muss man natürlich auch sagen. Ich kann mit dem Gerät mit der Spannung bis in den Sprühlichtbogen hochgehen, wenn ich damit schweißen will. Aber die Option Puls gibt es bei dem Gerät nicht. Aber man sieht hier, das schweißt trotzdem sehr, sehr gut Aluminium. Also es sind wirklich schöne Ergebnisse, auch wenn die Naht schon so ein bisschen sehr stark aufgebaut hat, weil ich halt auch so viel Leistung genommen habe. Das ist jetzt eine 1 Kilogramm QC3 Rolle in 0,8 Millimeter Drahtstärke. Die habe ich einfach mit so einem Magnetadapter da eingebaut. Den kriegt man auch bei Haus und Werkstatt 24. Das ist eine sehr praktische Sache. Jetzt wähle ich das QC3 Programm. Ich muss dann halt den 0,8 Millimeter Draht einfach nur auswählen. Und dann kann ich auch im Prinzip hier mit QC3 löten. Ich habe dieses schöne neue QC3 Programm. Ist natürlich auch spannend, wie gut das Ganze funktioniert, wie gut dieses Gerät QC3 lötet. QC3 löten ist auch wieder wichtig. Argon 4.6 steht oben extra nochmal bei der Bezeichnung. Und ein Schlauchpaket mit einer Teflon-Säle und dann kann man da loslegen. Das sind jetzt zwei einfache Stahlrohre. Die habe ich als erstes einfach mal zum Probieren QC3 gelötet. Ganz großer Vorteil, ich kann die verschiedensten Werkstoffe miteinander verlöten. So, da sind ein paar Spritzer, also Einstellung nochmal ein bisschen angepasst. Das ist jetzt ein 2 Millimeter Edelstahl-Vierkantrohr und ein 1,5 Millimeter Edelstahl-Blech. Das Ganze einfach mal miteinander verlötet. Und da habe ich die Spannung minimal angepasst und schon funktioniert das Ganze wirklich sehr gut. QC3 löten ist wirklich so in aller Munde, ist sehr populär. Und das ist auch zu Recht so. Das funktioniert wirklich gut, bringt wenig Wärme in den Werkstoff. Funktioniert, es ist einfach von der Anwendung her. Argon 4.6, ein Schlauchpaket mit Teflon-Säle. Und schon kann man mit einem guten Mik-Mak-Schweißgerät, das das entsprechende Programm auch wirklich hat, vernünftig löten. Schon nachdem ich das erste Video zu dem Vorgängergerät gemacht habe, haben natürlich viele gefragt, kann man mit so einem Gerät, das so viel Leistung hat, dann auch vernünftig dünnes Material schweißen. Ich habe hier erstmal ein Millimeter Blech als erstes. Das habe ich jetzt mit dem Gerät geschweißt, mit dem 0,8 Millimeter Draht. Wohlgemerkt, nicht mit 0,6, weil ich dafür keine Drahtvorschubrollen in der Form habe. Die sind auch nicht im Lieferumfang enthalten. Funktioniert auf Anhieb gut. Habe jetzt hier zwei, drei Bleche geschweißt. Habe jetzt hier 0,6 Millimeter Blech. Also es soll auch ein bisschen herausfordernd sein. Das Gerät kann man, wie gesagt, bis auf 31 Ampere runter regulieren. Warum es nicht 30 sind, sondern 31 kann ich nicht sagen. Und jetzt schweiße ich hier einfach mal 0,6 Millimeter Blech. Das heißt, ich punkte hier nicht. Ich mache nicht nur eine Stückschweißung. Ich schweiße das Ganze einmal komplett. Und das funktioniert hier auch auf Anhieb wirklich sehr gut. Gut, ich habe die Spannung noch ein bisschen runter reguliert. Das ist aber auch das Einzige, was ich hier wieder verändert habe. Das heißt, so ein bisschen die Spannung, das wird man bei jedem Gerät immer haben. Es ist nicht so, dass es sonst nicht funktioniert. Aber man kann das Ganze damit noch so ein bisschen optimieren. Naht sieht sehr gut aus für so dünnes Material. Und auch wenn man auf die Rückseite guckt, sieht man, da ist nichts durchgeschweißt großartig. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Dünnblech schweißen ist immer natürlich ein bisschen herausfordernd, auch für den Anwender. Das Gerät, kann ich euch sagen, funktioniert auf jeden Fall. Ich habe hier mit 40 Ampere 41 und ich könnte das Ganze natürlich noch bis auf 31 runter regulieren. Ich könnte also theoretisch noch dünneres Material damit schweißen. Edelstahl wollen wir natürlich auch nochmal schweißen. Das ist Edelstahlflachmaterial, 20 mm stark. Ich habe 240 Ampere und ich habe einen Edelstahlfülldraht. Das ist ein Fülldraht, der wird mit Schutzgas verschweißt. Das ist der ganz große Vorteil. Und damit kann man wirklich sehr gut Edelstahl schweißen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Der ist 1,2 mm stark. Und das ist natürlich auch der Vorteil, dass das Gerät die dementsprechenden Vorschubrollen hat. Man hat hier so eine leichte Schlacke. Da geht man einfach so ein bisschen drauf und dann kann man das schon so runterschieben. Guckt euch die Naht an, wie schön silber die aussieht, wie gut die aussieht. Da bürstet man einmal so ein bisschen, dann ist alles tutti. Also es ist wirklich eine sehr schöne Option, dieser Edelstahlfülldraht. Man kann den leider nur relativ schwer kaufen. Das ist nach wie vor das Dumme. Warum ist das so eine schöne Option? Ich gehe an mein Gerät. Ich nehme die ganz normalen Einstellungen für Stahl. Und ich nehme mein ganz normales Schutzgas, mit dem ich auch Stahl schweiße. Und schon erziele ich solche Ergebnisse. Dieser Draht fließt auch gut. Das heißt, damit kann man wirklich toll schweißen. Damit kann man wirklich richtig gut Edelstahl schweißen. Der ist auch für dünneres Material, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, sehr gut geeignet. Ich weiß nicht, warum den bisher kein Hersteller in der 1 kg Rolle anbietet. Ich hatte ja mal so eine Option aus China. Das hat aber leider nur kurzzeitig funktioniert. Aber ansonsten bin ich da wirklich nach wie vor ein riesen Fan. Ein Fan bin ich auch von diesem Gerät. Das ist wirklich mit der großen Leistung, ist es wirklich top. Top, gerade für stärkere Materialien. Und man sieht, alles, was ich hier heute geschweißt habe, hat funktioniert. Der 1,2 mm Draht hat leider nicht funktioniert. Aber da kann das Gerät nicht für. Da ist irgendwas mit diesem Draht nicht in Ordnung. Ich hatte ja, wie gesagt, schon mal ein Video mit dem Vorgängergerät gemacht. Mit sehr dicken Material. Das hat auch top funktioniert. Und hier heute haben wir wirklich eine Menge ausprobiert. Und ich denke mal, das Gerät mit diesen Leistungen das überzeugt. Das ist wirklich ein bezahlbares Gerät in dem Bereich mit 300 Ampere. Hat einen 32 Ampere Stecker. Ich habe reduziert auf 16 Ampere mit so einem Übergangsstück. Muss man auch dazu sagen. 16 Ampere reicht im Prinzip. Aber zur Sicherheit hat das Gerät einen 32 Ampere Stecker gekriegt. Man kann aber so eine Reduzierung nehmen. Dann funktioniert das Ganze. Und man kann hier wirklich sehr, sehr gut mitschweißen. Nicht nur im dicken Bereich. Man kann hier wirklich alles abdecken, was ein modernes MIG-MAC-Schweißgerät so zu leisten hat. Also es ist wirklich ein Träumchen. Ich bin da schwer von begeistert. Wenn ihr da noch Fragen habt zu dem Gerät, schreibt sie einfach in die Kommentare. Dann werden wir dazu einfach nochmal ein Video machen. Werden dann nochmal die Fragen beantworten. Werden noch mehr Versuche machen. Noch mehr im Prinzip ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Wer sich für diesen Fülldraht interessiert, der kann es auch nochmal in die Kommentare schreiben. Eventuell habe ich da nochmal einen Link, wo man so eine 5 Kilo Rolle vernünftig herkriegt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.